Im November bieten wir das volle Programm. Bei uns gibt's Stars und Sternchen, Wälder und Seen, Häuser, Schlösser, Yachten, Berge, Geschichte, Pferde, Eisbären, Schildkröten, Autos, Pyramiden, Landschaften, Essen, Kultur, Krieger, Feuer, Menschen. Einfach alles, was unsere Branche begehrt. Wir brauchen also nur hinfliegen und nachschauen. Niemand wird je verstehen, warum Michael tat, was er tat. Das ist das größte Apartment in downtown Manhattan. Auf einem riesigen Schlachtfeld herrscht das blanke Chaos. Jeff Bezos verdient mehr pro Minute als drei Lehrer in einem Jahr. So viele neue Dokus gab es noch nie. Die Leute werden uns die Gude einreiten. Die Highlights im November auf WET.